Auch in den Lärchensuiten wird es richtig gemütlich. Zum Beispiel im neuen Daybed oder in den Lasesesseln. Ein besonderer Eyecatcher ist die Lab-Lampe. Eine Brixner Künstlerin fertigt diese wunderschönen Stücke aus Herbstlaub. Jede Lampe ein Unikat. Beim Umbau setzten wir auf Regionalität und Qualität. Großartige Firmen standen uns zur Seite, um mit uns gemeinsam den neuen Suiten Charakter zugeben. Damit man nicht nur auf Wanderschaft die Berge erlebt, sondern ganztägig davon verzaubert wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017